Und bei uns im Studio darf ich Ihnen Herrn Prof. Werner Wiri vorstellen. Er ist Meteorologe und weiß deshalb natürlich, wie das Wetter morgen sein wird, aber vielleicht ja auch im nächsten Monat schon. Jetzt haben wir einen harten Winter gehabt. Kriegen wir jetzt als Kompensation sozusagen einen warmen, milden Januar? Wenn wir das wüssten, wären wir wirklich toll. Der Dezember ist nun eindeutig zu kalt. Und Langfristvorhersagen über einen Monat hinaus sind leider nach neueren Untersuchungen überhaupt bisher nicht erfolgreich. Warum denn nicht? Ganz einfach, weil die Atmosphäre von kleinen Änderungen große Änderungen herstellt und die in den Modellen bisher nicht berücksichtigt werden können. Das heißt, das ist ein prinzipielles Problem in dem System Wetter sozusagen. Man wird es nicht verbessern können, wenn man immer bessere Computer und immer bessere Netze hat und Wetterstationen. Man hofft es. Viele Zentren machen das, auch probeweise. Aber bisher ist da kaum ein Ergebnis. Und Extremwerte wird man eh nicht vorhersagen können. Schade eigentlich. Vielleicht gucken wir dann doch auf das Längerfristige und den Einfluss der Sonne nochmal. Wir haben ja gehört, da gibt es einen bestimmten Zusammenhang. Nun haben wir aber auch festgestellt, dass die Sonnenaktivität in den letzten Jahren ja relativ niedrig war. Über viele Jahre. Und jetzt kriegen wir plötzlich ein, zwei kältere Winter. Sehen Sie da trotzdem einen Zusammenhang? Das hängt noch nicht mit der Sonne zusammen, kann man so noch nicht sagen. Die Sonne bei wenig Sonnenflecken schickt wenig Sonnenwind. Das ist Partikelstrahlung in den Weltraum. Und wenn viel Partikelstrahlung bei vielen Sonnenstrahlen kommt, dann, bei vielen Sonnenflecken kommt, dann wird die Weltraumstrahlung unterdrückt. Dann gibt es weniger Wolkenbildung auf der Erde. Dann wird es wärmer. Das heißt also, bei vielen Sonnenflecken wird es wärmer, bei wenig wird es kälter. Und das ist auch durchaus nachweisbar. Ist aber sicher nicht die einzige Ursache. Und wie groß wäre denn dieser Effekt? Könnte der sozusagen das übertrumpfen noch, was wir selber als Menschen mit CO2-Ausstoß und so weiter bewirken und damit das Klima beeinflussen? Das glaube ich nicht unbedingt. Denn das Antlitz der Erde, was die Menschen verändern, das ist doch, glaube ich, eine ganz wesentliche Einflussfaktor für unsere Klimaänderung. Und da sieht es eher so aus, dass die Sonne, wenn sie jetzt weniger Flecken haben sollte, das dämpfen könnte. Da hätten wir Glück gehabt. Also die Sonne taugt sozusagen nicht als Ausrede für diejenigen, die sagen, na, wir belassen mal mit unserem CO2-Ausstoß alles, wie es bisher so ist. Weil es ist ja der Einfluss der Sonne. Nein, man muss nicht auf CO2 gehen. Man kann auf die Ressourcen, auf die Vorräte gehen. Das ist viel einfacher darstellbar. Wenn das Öl alle ist, haben wir Probleme mit allen möglichen Sachen. Und da muss man dran drehen. Aber dann wird sicherlich natürlich das Klima schon sich ordentlich aufgeheizt haben. Ja, aber das sehe ich noch nicht für so gefährlich an. Man muss es nicht aufs CO2 schieben. Das ist eine Folgegröße. Man sollte es eher auf das, was der Mensch verbraucht und wie er das Antlitz der Erde verändert, schieben. Und das ist auch das, was eigentlich heutzutage in der Forschung versucht wird. daraus zu finden. Wir sollten uns ein bisschen zurückhalten mit unseren Aktivitäten. Auf jeden Fall. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gierig.